Passaut euch, ihr könnts bald so noch mehr zuhören, wenn ihr zuhört ein bisschen auf was Sache ist. Also die Sache ist die, ihr kennt alle Snoop. Snoop ist ein Raucher, ein Schirr. Der braucht einfach ein bisschen länger. Der ist im Hotel und meint halt, er müsste ein bisschen noch Zeit nehmen. Aber es dauert noch ein bisschen, also regt euch nicht so auf. Hier, hier könnt ihr sowieso nichts dafür. Also wir warten jetzt seit mittlerweile viereinhalb Stunden auf Snoop da. Wo ist Snoop? Wo ist es? Der Mensch ist verschwunden. Und was wir schön finden ist, normalerweise gibt es Snoopkonzerte und wir sind nicht da. Jetzt sind wir auf dem Snoopkonzert und er ist nicht da. Komm, der kiff, der kiff, der hat wirklich keine Zeit im Moment. Das muss man auch mal verstehen, oder? Dass die Leute dafür kein Verständnis haben, ist schon komisch. Ich hab Verständnis. Ich auch. Der kiff halt. Mein Gott, vielleicht kommt er in zwei, drei Stunden. Wir bleiben wieder. Nichts. Ich bin da draußen, jetzt muss ich mir. Jetzt muss ich mir. Ich bin da draußen, ich bin da draußen. War schon auf dem Handy. Ich bin da draußen. Ich bin da draußen. Und die sind pumpkins. Und sie hatten sie so auf dem Handy. Ein zueinander. Ganz gut, hey! Es ist eigentlich morgens, die Show ist vorbei, wir kriegen unser Geld zurück, ein bisschen schade ist es schon. Aber es hat sich gelohnt. Kostenlos, kostenloses Entertainment. Snoop, vielen Dank, du bist der Größte. Vielen Dank.